Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Uncharted 2. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback, eurerseits für den Support. Lasst auch hier gerne einen Like da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen und Spaß haben. Wird wahrscheinlich sogar vielleicht die vorletzte Folge? Kann das sein? Mal gucken, wir werden sehen. Weiter geht's! Let's go, let's go, let's go. Ja, wie gesagt, können vielleicht sogar die vorletzte Folge sein. Dementsprechend gebt nochmal richtig Gas hier. Wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt, auch Uncharted 3. Auff! Komm schon! Weg von mir, du Monster! Wer hat mich denn gerade gegriffen? Von hinten oder was? Volker! Run, raus! Ah, ah, ah. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter. Um Eindringling abzuschrecken. Na? Das funktioniert ja super! Lazariewicz, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet Astor! Ich habe diese Biure. Er soll nur noch Dinos Verteidigungen. Ich bin ein Fahrrad, ein Fahrrad. Ich bin ein Fahrrad. Ich bin ein Fahrrad. Ich bin ein Fahrrad. Ich bin ein Fahrrad. Dann bin ich on. Ich bin ein Fahrrad. Auf槍. Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auto. Auf die Knie! Oh, ey, ey, Soran, wir hatten'n Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehm' an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Oh, das ist zu weh, das ist zu weh! Was will der von mir, Junge? Geh deutsch, sonst verstehe ich nix. Ja, dann kommt, Mädels, kommt! Nein, wir können nicht mehr, wenn ich es nicht mehr gibt. Drei, drei, drei! 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 Oh. Oh. Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Ah, okay, auf geht's. Komm schon, beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Tja, Lasarevic und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Äh, nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lasarevic aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So, so läuft das. Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt! Aber gut, retten wir eben die Welt. Wenn es sein muss, wa? Na. Tja. Dass halt der Unterschied war zwischen ihr und Elena. Oh, Granate wäre ganz gut. Mehr von diesen Freaks. Ja, komm. Hier. Hör. 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 Oh. Was die Granate explodiert? Gar nicht, wa? Das ist mein Platz Ich wollte gerade sagen, Alter, stirb doch jetzt einfach mal Oh ja Zwei saftige Schüsse damit ist okay Zwei saftige Schüsse damit ist ganz gut So Schön, dass er uns auch hier den Weg freigeräumt hat Das ist Harz Eindeutig Was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer So wie dieses Harz Na klasse, wie wär's nächstes Mal mit ner Warnung Ah, das hier war doch noch so weit entfernt Ja, mit dem Schatz Das ist so krass, ich hab 31 Schätze Und es gibt 100 Ich hab so viel übersehen, Alter Ich hab jetzt nicht ultra drauf gegeiert Aber schon krass, war So nebenbei mitnehmen Nicht so geglückt So mag ich das Und der Abschnitt macht auch schon Bock, oder? Der Abschnitt ist auch ganz cool Und es wird wahrscheinlich wirklich die vorletzte Folge Also vorne gibt nochmal richtig Gas in die Bewertung Wäre auf jeden Fall Wäre ganz cool so Wäre ganz cool Oh Gott Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Ich erinnere mich Nein Ich erinnere mich Ganz übel erinnere ich mich Ja, ja, ja Nicht nur an dem Boss Wird am Ende mit Slazeriewicz Sondern auch hier die Stelle Oh Gott Die war überabfuck Ja, 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 ja Wir kriegen Besuch Noch mehr? 48.000 Trilliarden Gegner kommen erst weg Ich will den Dicken loswerden Geh mal weg Lebensenergie Lebensenergie Warum dauert das so lange, Mann? Okay Okay Die, 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 die Der war schön Schöne Musik Die peitscht mich richtig an, Junge Die Kriegstrommeln Oh, ho, 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 ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho Oh, ho, 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 ho Ja, scheiße, ja Das ist ja echt, leider Hoch und drüber Oh, ho, 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 ho Oh, ho, 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 ho Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho Okay Oh, ich bin so hart konzentriert. Ich werde sterben. Gib mir Lebensenergie. Wie lange dauert das? Ich habe keine Munition. Ich stehe so unter Druck. Ich muss einmal komplett außen rum. Ja, ja, ja. Perfekt. Ist der hinter mir? Oh Gott. Ja, ja, ja. Nein. Was mache ich? Liga Bimbam, bitte. Lass mich leben. Warst du es schon? Ach, easy. Easy. Ach, komm, Junge. Was wollt ihr von mir? Ihr Loser. Ey, cool. First Try ist nicht so schlecht. Na gut, ich spiele nur auf normal. Aber ihr seht ja trotzdem, wie schnell man sterben kann. So. Wir bauen ja da das Gegengewicht. Aber wie war das? Man muss selber da hochklettern oder machen die Mädels das? Verdammt, das klemmt. Das andere Gegengewicht fehlt. Tja, du hast die richtige Größe dafür. Haha, witzig. Ah ja, hier war es. Okay, los geht's. Okay. Und los geht's. Los. Das findet ihr lustig, wa? Das findet ihr alles lustig, ey. Der Abschnitt war schon cool, aber der war auch schon hart, ey. Das war kompletter Blödsinn. Kann man mal machen, ey. Dafür, dass es leise passieren soll, merken die trotzdem das Schöne. Ja. War noch besser als der erste Versuch. Warum, 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 warum machst du das? Warum gehst du da runter? Bist du bescheuert? Jetzt sterbe ich deswegen. Oh Gott, ey. Ach, meine. Ey, genau das wollte ich. Ja, stimmt. Ich wollte da runterrollen. Ja, genau. Gut, alles klar, Spiel. Danke dafür. Ho, ho. Der hat ganz gut gesessen, ne? Der war ganz gut. Alles klar bei euch? So. Hm. Boah, der ist tatsächlich gestorben direkt. Da war doch noch einer, oder? Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren. Einmal Schien helfen. Einmal mithelfen hier. Danke. Danke. Chloe, gar nichts. Super. Gute Einstellung. Danke schön, Chloe. Geil, sowas liebe ich. Solche Kamerafahren, das habe ich auch immer bei den früheren God of War-Teilen geliebt. Und die auch absolut Liebe sind, ähm. Oh, Mist. Runter. Und da unten sind Aufwächter. Gieß sie. Aye, 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 aye. Ne, aye, 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 aye. n wirklich manchmal, da fragst du dich einfach nur, was ist da eigentlich schief gelaufen. Okay, cool, ich schieße auf ihn, während meine Nase läuft und er einfach die Granate rückt. Interessiert ihr nicht. Jetzt wird es ein bisschen gritsch hier. War, glaube ich, sogar ein Headshot, oder? Kann das sein? Okay! Aha! Munition! Ich stehe mir nochmal im Weg, bitte! Wenn's so angespannt ist! Ich red auch kaum, ich hab keinen Bock, jetzt zu fallen, dann muss ich alles von vorne machen. Ich sag's grad noch und dann sterbe ich jetzt. Wie viel kommt da noch? Das ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Es ist einfach nur krank. Es ist nicht mehr normal. Stürb jetzt bitte, komm! Komm jetzt! Reicht immer noch nicht. Die folgen mir wie so kleine Welpen. Krass, einfach nur krass. Endlich. Haben wir es? Oh mein Gott. Die Gegnermassen sind echt nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht schön. Es ist zu viel. Aber mit überragendem Skill kann man solche Stellen noch überleben. Alter, ich brauche eine Pause, Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, wir zocken es beim nächsten Mal durch. Also seid gefälligst am Start. Würde mich sehr freuen zumindest. Also trotzdem, danke fürs Zusehen. Alter, bin ich angespannt. Ich habe wirklich kaum noch was geredet. Richtig angespannt. Weil wenn du dann stürmst, du ballerst dich da. Das waren ja locker 50, 60 Gegner jetzt, oder? Oder übertreibe ich? Also 50 bestimmt. So, wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Lass gerne ein bisschen Liebe da. Haut rein und tschüss.